Musik Hey Leute, ich bin's wieder, Emma Vogel und heute habe ich quasi ein neues Spiel und zwar Toka Boka also dieses Toka Lifeworld und naja, ich werde jetzt nicht richtig spielen sondern ich habe mir gedacht, ich erstelle mir einen Charakter, der so aussieht wie ich also erstelle ich mich selber und ich bin hier schon in Toka Boka drin und das ist jetzt irgendeine Person, aber ich will ja mich machen, guck mal und man kann die, wie man sieht, als kleines Kind oder als so wie Teenager oder Erwachsene oder so, oder ich glaube das ist, wenn man schon älter ist, ich glaube als Oma, also ich bin keine Oma und ich bin auch nicht erwachsen und ich bin eigentlich auch kein Teenager aber ich bin auch kein kleines Kind mehr also ich glaube, das hier, das wäre Hannah, äh, dann egal, dann bin ich halt klein also ich erstelle mich mal äh, äh, und das bin ich und jetzt, äh, muss ich noch gucken, was ich jetzt mache ähm, also ich glaube, ähm, also hm, hey, hier kann man noch die okay, hier kann man noch die Farben ändern und die Haare okay, fangen wir mal mit den Haaren an also ich hab ja hey, die Haarfarbe, die passt ja schon fast aber nicht ganz ich ändere erstmal die Haarfarbe hm, das ist ja so rot-rot äh, ein bisschen Richtung Orange oder schaut mal, das ist knallrot die Haarfarbe habe ich nicht und das ist schon so hell ich brauche so einen Mix äh, ich belasse es bei der Haarfarbe und jetzt kommt noch eine schöne Kursur hinzu cool, das ist ein schöner Zopf das sieht auch toll aus oh, cool, guck mal oh, guck mal was für coole geflochtene Haare die habe ich leider nicht aber ich hätte gerne längere Haare also und das sind coole Zöpfe hm, das sieht auch super cool aus ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll hm die Zöpfe sind auch süß also ich hab ja eigentlich kurze Haare ähm, ich gucke mal gibt's ganz viele Frisuren äh, dann muss ich ja hier gucken weil hier gibt's ja auch kurze Haare also so eine Frisur habe ich natürlich nicht das sieht ein bisschen aus wie meine Frisur hm ähm ich möchte aber gerne lieber schöne Zöpfe haben zum Beispiel hey, wo waren die denn jetzt? die Frisur natürlich nicht das passt ja gar nicht zu mir hey, jetzt hab ich die Zöpfe eben gesehen jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die sind ah, hier ich find die sind süß aus ich möchte die Zöpfe haben so, äh, die Augen die passen perfekt und die Augenbrauen, äh, die kommen hell äh, ich mache äh, die Farbe kann ich auch ändern vielleicht so helle die man, äh, irgendwie so das sollte passen äh, okay warte, wo war ich stehen geblieben? hey oh, die Nase äh, das ist eine gute Frage was für eine Nase habe ich denn? ich glaube, ich behalte die und ein Mund und man weiß ja, ich bin immer viel am Lachen also bekomme ich einen lachenden Mund äh, ich finde den ganz toll der sieht süß aus und jetzt hier, äh, habe ich so, äh, wie nennt sich das? sommersprossen? nein die habe ich nicht dann geht es jetzt weiter ähm hey, rote Wangen rote Wangen sind toll cool, da mache ich mir doch ein paar und ich muss auf jeden Fall erst mal die Brille loswerden weil ich habe ja gar keine Brille ähm also gut also das sieht toll aus mit den Haaren auch wenn ich eigentlich eigentlich habe ich kurze Haare na los ich möchte ja auch wirklich so aussehen wie ich aussehe also nehme ich jetzt äh so kürzere Haare oder so oder doch nicht also ich weiß ja nicht ich finde lange Haare sind einfach cooler also nehme ich wieder lange ich gehe schnell wieder zurück und äh nehme mir doch wieder die Zöpfe hey, wo sind die denn hin diese süßen Zöpfchen? oh, die sind auch cool diese Zöpfe gefallen mir auch voll gut aber ich glaube ich nehme doch wieder die kurzen okay äh und jetzt brauche ich natürlich noch was zum Anziehen ganz wichtig aber die Frage ist welche Farbe und was ziehe ich denn an? also vielleicht gibt es ja hier meinen blauen Strampler mit dem Pinguin drauf ich glaube nicht hier gibt es was in blau schaut mal aber das passt nicht so ganz äh oder ich ziehe einfach mein grünes Outfit an mit dem Frosch drauf das was ich immer habe wenn ich an dem Computer Spiele spiele bei Roblox äh das ist ja grün hm also diese beiden gibt es das ist auch schön und guck mal ich kann sogar eine Meerjungfrau sein das ist natürlich super cool ich wäre gerne Meerjungfrau hm das ist zwar auch ganz schön ähm was könnte ich denn noch anziehen? das sieht ja witzig aus also hier ist schon ein blaues Kleid das passt hey, guck mal das ist doch fast eins zu eins genauso wie das was ich immer anhabe nur dass da halt ein Wal drauf ist und kein Pinguin das passt schon mal richtig gut und das ist auch süß hier ist ein Hase drauf cool äh ich gucke mal bis zum Ende das ist auch schön und das ist auch toll in grün ich glaube ich entscheide mich äh hier entweder für den Hasen oder äh das war das andere der Wal ich finde beides so toll der Hase ist auch total süß und der Wal ist aber auch toll jetzt weiß ich ja gar nicht was ich nehmen soll also ich mache schnick schnick schnuck entweder der Wal oder der Hase dann bleibe ich bei dem Hasen weil ich finde den irgendwie total süß okay hey und das bin ich ja schon also ich sehe ja schon ein bisschen aus wie ich oder also ich finde schon ich finde das ist toll und jetzt könnte ich doch eigentlich auch noch hm ich könnte jetzt ja vielleicht noch Julian erstellen ah das wäre cool das mache ich okay jetzt ist Julian dran äh das mache ich jetzt ein bisschen schneller so Julian hat natürlich auch rote Haare die färmen wir mal zuerst ein also er kriegt so eine Haarfarbe wie ich auch und äh was hat Julian denn für eine Frisur ja das geht schon mal in die richtige Richtung ich glaube so eine Frisur hat Julian oder vielleicht so eine äh nee oder die hier ich finde die passt gut zu Julian okay äh Nase das kann glaube ich alles so bleiben äh oder wir gucken mal ein Bart äh guck mal ich kann Julian ein Bart machen aber natürlich hat er noch kein Bart das kommt natürlich noch alles irgendwann und Julian der kriegt ein breites Lächeln oder ja Julian kriegt so ein Lächeln oder das hier das ist Julian und jetzt müssen wir mal gucken Julian hat immer eine grüne Hose und äh ein blaues Oberteil ich weiß natürlich nicht ob es das überhaupt hier gibt hey wir können ihn auch einen Anzug anziehen das sieht ja witzig aus als wäre Julian schon richtig erwachsen aber hm mal seht also grüne Hose blaues Oberteil guckt mal hier ist eine grüne Hose und blaues Oberteil und ein gelber Schal das geht schon mal in die richtige Richtung äh grüne Hose und blau hier auch guck mal das könnte auch Julian sein ich meine wir können Julian natürlich auch was anderes anziehen ich gucke mal was es hier doch so schönes gibt hm das ist auch cool ich meine das passt auch und Julian hat doch oft ein gestreiftes Oberteil an ähm es gibt wirklich viel Auswahl also ich kann wirklich viel aussuchen es ist auch schwer sich zu entscheiden äh das wäre auch cool was kann Julian anziehen äh und hier gibt es ja noch mehr zu sehen cool ich glaube hey ich kann Julian auch ein Kleid anziehen guckt mal wie das aussieht witzig das ist ein cooles Outfit aber das passt nicht zu mir ich glaube das oder das passt eigentlich schon gut hm ich glaube ich finde das gut für Julian also Leute schaut mal jetzt habe ich ich gehe mal zurück äh obwohl manchmal hat Julian eine Cappy auf aber wohl ne das passt schon also Leute hier haben wir da bin ich links und daneben ist Julian ich finde ich habe uns sehr gut getroffen und ich hoffe ihr findet das auch und ich hoffe euch hat das Video gefallen ich fand das ist cool und äh vielleicht spiele ich ja beim nächsten Mal wirklich Toka Boka weil hier kann man ganz viel entdecken und hier äh gibt es bestimmt auch ein Krankenhaus vielleicht kann ich da ja auch aushelfen das werden wir mal sehen das wäre auf jeden Fall cool ich würde erstmal sagen wir sehen uns beim nächsten Mal auf Wiedersehen hey Leute was geht ich bin's wieder Emma Vogel und ich bin heute wieder in Toka Boka unterwegs und nachdem ich letztens hier äh einen Avatar erstellt habe also mich erstellt habe habe ich mir gedacht ich könnte doch jetzt mal ins Krankenhaus gehen und das mache ich jetzt auch direkt ich warte nicht mehr länger denn ich möchte hier heute mal einen Tag mir das Ganze anschauen und ein bisschen aushelfen so wir sind auch schon im Krankenhaus angekommen und hier bin ich hey guck mal das bin ich Emma Vogel und äh ich muss mir das Ganze erstmal anschauen was ist überhaupt hier los hey cool das ist ja ein äh ein Roboter hey dankeschön was ist das denn das ist ja cool ich gebe dir das einfach mal zurück ich glaube das ist so ein oh mein Gott das ist so ein Putzroboter der macht alles sauber also äh guten Tag was ist denn hier los äh guck mal ich glaube hier kommen die Fahrzeuge an also die äh Rettungsfahrzeuge ah hier geht es also entlang äh jetzt geht das Tor zu also ich glaube hier geht es entlang wenn äh neue Patienten kommen und hier wird die Wäsche gemacht guck mal hey guck mal da ist ja gerade was kann ich das eigentlich auch anziehen äh leider nicht sehr gut okay hier werden die ganzen Sachen gewaschen okay ich gehe mal weiter huch so hey guck mal ich kann mich hier auch mal drauflegen als Test aber mir geht es ja gut also zum Glück muss ich hier nicht drauf hey bis später ich gehe mal weiter und gucke was es hier doch so schönes gibt ich gucke mal was hier noch ist cool guck mal hier kann man sich äh hinschillen auf dem Sofa oh hier wird sauber gemacht also gut äh und hier kann man sich umziehen guck mal hier ist einmal äh von den Patienten die Kleidung und von den Leuten die hier arbeiten von den Ärzten und ich gehe jetzt einfach mal hoch ins Krankenhaus und guck mir das mal alles an da hier bin ich hallo hallo ich bin heute hier um zu helfen hallo ich bin äh Emma Vogel und ich wollte mir heute hier alles angucken hallo Emma schön dass du hier bist guck dir gerne alles an also da ist auf jeden Fall viel netter als Gino äh cool was kann man hier tun oh hallo äh guck mal was hast du denn gemacht die hat ja eine Kopfverletzung ich hoffe es geht dir nicht äh so schlecht warte ich werde die zum Lachen bringen guck mal hey was ist das denn guck mal der ist für dich ja sie freut sich äh gern geschehen so jetzt gehen wir mal weiter oh ich trinke erst mal was äh ich hab gar keinen Becher oh hier so so schon viel besser so jetzt guck ich mal weiter was hier noch so ist da 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 guten Tag ich bin Emma Vogel ich wollte mir das hier mal angucken hallo Emma bediene dich ruhig cool boah hier kann ich ja sogar was essen im Krankenhaus das ist ja richtig cool boah guck mal das esse ich mal mhm und Mörer gibt es auch noch lecker Schmecker aber ich bin ja gar nicht nur zum Essen hier gucken wir mal weiter cool hier kann man rausgehen das finde ich gut dann können die Patienten hier auch mal schön frische Luft schnappen äh aber ich gehe jetzt mal weiter denn ich muss ja heute hier ein bisschen aushelfen ich kann nicht nur äh nur essen und ich gehe mal direkt nach oben in die nächste Etage und schau mal was sich da so verbirgt so und äh da bin ich ja nun okay was befindet sich hier hey guck mal da ist eine Baus aber die ist natürlich nicht echt ich glaube das ist wenn hier Katzen guck mal da ist ja eine Katze hallo Emma ich bin äh Kitty cool äh freut mich dich kennenzulernen Kitty guck mal ich helfe hier erstmal indem ich den Müll erstmal wegräume ich weiß gar nicht warum so viel Müll hier rumliegt guck mal so hey darf ich einmal schauen wie groß ich bin und okay äh nicht ganz so groß aber ich werde immer schnell größer und größer cool was ist hier denn ich glaube das ist so eine ich glaube das ist so ein Reitgebild hey du da hey ich setz mich hier hin cool darf ich da auch mal rein hä das ist ja witzig guck mal wie cool das aussieht cool so ich gehe mal weiter und hier sind dann die Bilder und es ist alles in Ordnung cool und hier kann man auch hier geht es ja noch weiter ah hier ist ein Labor hier wird alles äh untersucht cool und da gehe ich jetzt mal drauf ich will das mal gerne ausprobieren cool oh das ist alles in Ordnung wunderbar dann kann es ja jetzt weiter gehen ich schaue mal was hier auf der anderen Seite noch so ist hier gibt es wirklich viel zu entdecken cool äh ah halli hallo ich darf ich mir das einmal anschauen cool oh hier werden also die Operationen durchgeführt oh je ich bin froh dass ich noch nicht operiert werden muss so das möchte ich auch gar nicht weil ich bin ja Gott sei Dank gesund aber das sieht cool aus was man hier alles so machen kann ich schaue einfach mal direkt weiter weil es gibt so viel zu erleben so ich glaube es gibt auch eine Babystation da gehe ich jetzt als nächstes hin so da wären wir boah cool ah das ist der Wahnsinn oh Babys hallo hey was ist das denn das sieht ja witzig aus süß ist das du kommst schön hier hin cool hier ist extra für Kinder eine Ecke zum Spielen boah guck mal cool hier gibt es ja tolle Sachen äh aber oh guck mal die Kuscheltiere machen einen Kaffeekranz hier das ist ja cool aber ich gehe jetzt mal weiter aha am Tier kann ich auch noch mal schauen wie groß ich bin so ich werde jeden Tag ein bisschen größer oh hallo hier sind also die Patienten schönen guten Tag und hier schläft jemand ich bin lieber ein bisschen leise und hier ist eine Mahlecke cool das Zimmer hier ist frei äh dann wer weg ich mich mal ins Bett ah das Bett ist aber ziemlich gemütlich okay ich räume jetzt auch ein bisschen auf äh Papiermüll weg so alles aufgeräumt so und das Kuscheltier das könnte ich ja jemand andern schenken äh vielleicht okay der schläft zwar aber hey das ist für dich hi 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 hallo guten Tag möchten Sie vielleicht was zu essen haben ich bringe Ihnen was äh wo haben wir was zu essen oh hier da nicht aber hier kann man was ziehen bei dem Automaten vielleicht möchte ich eine schöne gesunde Birne haben und noch äh ein Orangensaft na gut da gibt es halt zwei Birnen lieber ein bisschen was gesundes hey guck mal das ist für dich oh danke schön das ist aber die so gern geschehen so und auch hier habe ich geholfen die Patienten müssen nicht mehr äh Hunger haben weil sie ja im Krankenhaus immer viele tolle leckere Sachen zu essen bekommen oh mein Gott hier sind die Babys die Babys guck mal die schlafen die sind ja süß ist hier noch irgendwo jemand hallo guten Tag guten Tag hier wird immer das Ultraschallbild gemacht von den schwangeren Patienten cool 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 das ist der Aufregung und hier ist auch ein Bild guck mal cool äh von einem Baby im Bauch das kommt da mal wieder hin oh mein Gott die Babys die sind so super super süß oh ich glaube ich muss den vielleicht möchten die einen Schnuller haben bitte schön und das Baby auch cool das andere Baby das kriegt ein Kuscheltier oder ist hier noch ein Schnuller äh ich finde keinen Schnuller mehr aber dann kriegt es ein süßes Kuscheltier von hoch ein süßes Kuscheltier von mir und zwar das hier so bitteschön hihi gute Nacht ihr seid ja drei zuckersüße Babys und jetzt gucke ich mir auch noch ganz oben die letzte Etage an oh yeah die letzte Etage da bin ich angekommen ich muss erst mal meine Hände desinfizieren weil das ist immer wichtig so hallo cool hier ist ja eine Gitarre man kann richtig cool Musik machen was ist denn das für eine coole Schillons hier oh nein jetzt habe ich die Gitarre aus Versehen weg ups genau äh nichts passiert hallo guten Tag was ist das denn hier für eine coole Station hallo oh hallo Emma schön dich hier zu sehen äh danke schön hier zu sein cool ich gucke mal was es hier alles so gibt hallo guten Tag guck mal der ist für sie der der Hai ist für sie oh danke schön Emma gerne okay hier steht jemand ich mache den Vorhang zu damit sie nicht gestört werden kann beim Schlafen äh hallo hallo ich gehe mal direkt weiter und gucke mal was es hier so gibt da 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 was befindet sich denn hier noch ach hier kann man auch rausgehen cool und hier ist ja voller schöne Zimmer also oh mein Gott guck mal ein süßes ist das ein Häschen sehr süß also der Tag hier war richtig aufregend ich werde hier auf jeden Fall noch bleiben ich fand es wirklich richtig spannend hier im Krankenhaus und einfach nur super duper cool und ich hoffe dass ich hier bald mal wieder hin kann äh ich gehe jetzt noch mal runter zu den Babys denn die fand ich einfach richtig richtig süß Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal auf Wiedersehen hey Leute ich bin's wieder euer Juju Vogel und heute ist ein ganz besonderer Tag denn ich bin zum aller 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 ersten Mal in Toka Live World oder Toka Boka wie ich auch schon ganz oft gehört und gelesen habe ähm hier steht auf jeden Fall Toka Live World und äh es hat auch einen Grund warum ich hier bin und zwar hat Emma nämlich ein neues Video gemacht wo sie sich hier einen eigenen Charakter erstellt und in dem Video hat sie für mich auch einfach einen Charakter erstellt oder einen Avatar und ähm das geht ja wohl mal gar nicht ich meine sie hat das natürlich super hinbekommen aber wer kann denn besser einen Avatar von mir erstellen als ich selber und deswegen mache ich das jetzt einfach auch mal selbst hier so und dann fange ich einfach mal an und ich würde sagen ich gehe am besten hier auf dieses Play Symbol da müsste ich ja wohl weiterkommen so und jetzt wird das geladen jetzt muss ich erstmal warten oh da bin ich ja auch schon oh was ist denn hier ein Erdbeben und jetzt wird hier so eine ganze neue Stadt auf einmal gebaut wird das jetzt alles zum ersten Mal aufgebaut weil ich zum ersten Mal hier am Spielen bin huch jetzt kommt ja noch mehr da ist noch eine ganze Welt das sieht aber eher nach Herbst aus cool ich mag die Farben Orange ist richtig cool oder so rot wie meine Haare und was gibt es hier noch zu sehen passt hier jetzt auch irgendwas ne da gerade stand schon ich soll meine eigene Figur erstellen ja mache ich ja gleich ich will mir das nur mal eben hier angucken was hier überhaupt los ist und hier haben wir einen Strand und so eine kleine Stadt und da ist ein Wald und eine Möwe huch jetzt habe ich äh was übersprungen aber hier habe ich ja gerade auch schon angefangen cool was ist das denn für eine riesige Katze da unten und da ist noch eine Katze naja okay ich fange jetzt erstmal an meine eigene Figur zu erstellen deswegen bin ich ja eigentlich hier und nicht um mir diese Städte anzugucken ich will zeigen dass ich mich besser erstellen kann als Emma das konnte so und jetzt ist hier anscheinend erstmal irgendein Charakter einfach erstellt worden und wenn ich hier oben drauf klicke da ist immer wieder jemand Neues da anscheinend erstellt er einfach immer zufällig Kombinationen aus den ganzen Einstellungen die man haben kann um sich einen neuen Charakter zu bauen mhm aber gut ich will ja eigentlich selber entscheiden wie ich aussehe ich glaube hier kann ich erstmal zwischen vier verschiedenen Alterseinstufungen entscheiden da haben wir oben links ist wahrscheinlich Baby das ist das was Emma gemacht hat für ihren Charakter daneben ist dann ein Jugendlicher unten links erwachsen und oben unten rechts dann eine ältere Person ich würde sagen ich bin schon ein Kind also dieses junge Alter auf jeden Fall dann habe ich das schon mal ausgewählt cool äh ich weiß nicht warum er weint das müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ändern ich weine überhaupt nicht zumindest jetzt gerade nicht jetzt suche ich mir noch hier eine von diesen ganzen Hautfarben aus mhm mhm welche passt denn ganz gut auf jeden Fall eher so ein hellerer Ton das ist mir ein bisschen zu grau das ist so ein bisschen das geht ja schon ins rosa ne das ist eher noch gelblich das ist mir wieder zu dunkel das ist auch eher gelblich wieder rot ich würde sagen ich würde sagen das ist doch eigentlich das kommt doch am nächsten an meine tatsächliche Hautfarbe oh und hier kann ich auch noch regeln ob es noch dunkler oder noch heller sein soll mhm ich würde sagen noch ein bisschen heller ja ich würde sagen das passt doch so sehe ich doch aus naja zumindest meine Hautfarbe äh ich würde sagen als nächstes kümmern wir uns vielleicht mal um die Frisur oh man was gibt es das denn das hier das ist das sieht aus wie ein Einhorn also Einhörner ja sind ganz cool aber ich bin auf jeden Fall kein Einhorn das ist ein Irokesenschnitt oder ein Iro mhm ne also solche Haare habe ich auch nicht das sind irgendwie zwei Muschelzöpfe oder so so eine tolle habe ich auch nicht die Haare das hat ja ein eigenes Gesicht ne das passt auch überhaupt nicht zu mir da kann man ja gar nichts sehen und das ist eine riesige Augenbraue aber oben auf dem Kopf ist gar nichts gibt es hier auch irgendwie ganz normale Frisuren irgendwie das passt ja alles überhaupt nicht zu mir sieht aus wie keine Ahnung wie so ein Hirschkäfer oder so drei Stacheln auf dem Kopf nochmal eine viel größere tolle hier geht das komplett um den Kopf rum aber einen Bart habe ich auf jeden Fall auch nicht das passt nicht und das auch nicht ähm ich glaube das sind ah das hier sieht eher aus als wären das hier normalere Frisuren hier sind längere Frisuren hier eher kürzere ach so und das hier sind nur so ganz besondere ah dann gehen wir doch lieber mal hier hin als allererstes würde ich sagen vielleicht doch eher nochmal die Haarfarbe anpassen okay das ist ein sehr helles äh orange das könnte gehen aber ich glaube dieses dieses dunklere wird nochmal besser passen und hier kann ich auch nochmal die Intensität der Haare ändern hier wird es nochmal heller hier eher dunkler ich glaube wobei wenn ich jetzt vielleicht nochmal das hier ausprobiere und das dunkler mache ja ich würde sagen das passt doch eigentlich zu meinen Haaren am besten ich würde sagen das nehme ich und dann zurück zur eigentlichen Frisur ne solche Haare habe ich auf jeden Fall nicht das könnte eventuell sein ne hier sind die Seiten zu kurz das ist ein Topschnitt das habe ich auch nicht und das auch nicht und das auch nicht das ist alles viel zu lang irgendwie solche Wuschelhaare ne ne das ist mir ein bisschen zu ordentlich ich würde sagen das hier das passt am besten okay die nehme ich schauen wir hier nochmal ganz kurz drüber ob hier noch vielleicht irgendeine Frisur ist aber ne das sind alles viel zu lange Frisuren so lange Haare habe ich definitiv nicht oh guck mal so würde das aussehen wenn ich einen Bart hätte aber naja ich habe keinen Bart dann geht es weiter zu den Augen was für Augen habe ich denn das sieht auf jeden Fall aus als hätte ich längere Wimpern das habe ich jetzt nicht unbedingt das sind sehr glitzrige Augen also ganz im Ernst ich finde eigentlich diese Augen ziemlich cool weil ich finde die sehen aus als ob man total passioniert ist und wer ist passionierter als ich also ich würde sagen diese Augen sollte ich nehmen die spiegeln mich wieder so als nächstes suche ich mir eine Nase aus die sind mir teils zu klein und teils zu groß also entweder die die oder die ich glaube ich entscheide mich für diese Nase und die kann ich auch nochmal anders einfärben Moment mal okay was hatte ich denn vorhin als Hautfarbe ausgewählt das oder das ich glaube das hier und dann oder war es doch diese Farbe und dann etwas heller ne so sah es auch nicht aus oh man jetzt bin ich irgendwie ganz schön verwirrt ja ich glaube so damit komme ich klar genug mit der Nase jetzt wird es Zeit für meine Augenbrauen oh Moment mal die Augenbrauen haben ja Piercings also das habe ich auf jeden Fall nicht ich glaube hier ändere ich am besten auch zuerst mal die Farbe und zwar wieder in mein typisches Brot da habe ich glaube ich dieses helle hier genommen und dann stark eingefärbt ja so passt es und dann suchen wir uns mal die richtigen Augenbrauen für mich aus wo ist denn hier der Unterschied achso die sind ein bisschen kleiner als die glaube ich ja die nehme ich dafür entscheide ich mich und als nächstes noch einen Mund um meinen Gesichtsausdruck den letzten Schlip zu verleihen genau verleihen den letzten Schlip zu verleihen auf jeden Fall okay das ist ein Kussmund das sind ganz schön spitze Zähne äh ne das passt auf jeden Fall nicht die gucken alle eher traurig oder ein bisschen schelmisch hm also ich finde zu mir passt eigentlich doch so ein ganz weit aufgerissener Mund weil ich kann auch mal ganz schön laut sein und mir haben schon ein paar gesagt dass ich eine ganz schön große Klappe habe also ich würde sagen das passt doch eigentlich gut oder alternativ dieses etwas verschmitzte Lächeln ne ich nehme den großen Mund so und dann natürlich noch Sommersprossen oh das ist äh das ist glaube ich ein Leberfleck und da ist er an der anderen Seite hier ein Gesicht voller Sommersprossen äh ja ich würde sagen die sind doch perfekt auf meinem Gesicht verteilt oh hier kann ich die auch noch mal ein bisschen anders einfärmen hier kann ich meine Wangen noch ein bisschen verändern das sieht aus als hätte ich so ein bisschen Dreck glaube ich im Gesicht kann natürlich durchaus mal passieren wenn ich zu viel draußen gespielt habe also ich glaube ich nehme die hier weil dann sind die etwas besser auf meine Sommersprossen angepasst dass die nicht direkt äh überlappen und hier kann ich auch noch mal die Farbe von verändern oh ja die könnte ich noch mal ein bisschen heller machen vielleicht ja ich glaube das sieht gut aus das mache ich und dann als letztes noch oh Falten äh also Falten habe ich glaube ich nicht ich meine ich bin ja noch ziemlich jung ne darauf kann ich verzichten das überspringen wir mal dann wird es jetzt Zeit für ein cooles Outfit mhm naja das ist nicht so mein Stil und das ist mir viel zu dunkel äh hier mag ich eigentlich die Farben aber naja sieht eigentlich halt auch nicht aus wie das was ich so im Alltag trage das könnte ich so als Piraten Outfit oder so mal tragen aber ne oh wow guckt euch das mal an wie cool da ist ja ein Faultier drauf aber ne das passt irgendwie alles gar nicht so richtig zu mir aber ich glaube das sind auch nur vorgefertigte komplette Outfits das kann ich ja auch noch mal einzeln machen also oh da sind noch mehr Moment wo war ich denn gerade drauf T-Shirts da sind ja ach so mit Pullovern das ist ein cooler Hoodie den mag ich auf jeden Fall ähm aber ich brauche eigentlich ich würde mir das lieber einzeln aussuchen kann man sich die Sachen hier nicht einzeln aussuchen oder gibt es hier ein komplettes Outfit was zu mir passen würde ok das sind so Kleider und Röcke mhm ne passt alles nicht so ganz oh cool ein Sheriff aber ich bin kein Sheriff ok das sind auf jeden Fall eher Kostüme hier als Drache ok scheinbar kann man sich die Klamotten nicht einzeln aussuchen da muss ich jetzt wirklich noch mal schauen ob es nicht irgendwie was gibt was zu mir passt ich meine das ist ein blaues Oberteil und eine rote Hose aber ich habe ja eine grüne Hose irgendwie finde ich hier nicht das Richtige kann man sich das echt nicht einzeln aussuchen was man trägt ok ich habe mich hier jetzt ganz oft irgendwie durchgeguckt durch die Klamotten und weiß nicht anscheinend kann man das nicht einzeln auswählen und äh dann ist die Auswahl halt ein bisschen beschränkt das Oberteil und Hose zusammenpassen zumindest in die Farben wie ich es am liebsten hätte aber ich finde das hier kommt eigentlich naja relativ nah dran ich meine das ist jetzt keine grüne Hose sondern eine rote Hose äh und das Oberteil ist jetzt auch nicht das gleiche Blau was ich sonst trage aber ich finde ansonsten ist das eigentlich ein ganz cooles Outfit und deswegen lasse ich es erstmal so und keine Ahnung vielleicht kann mir ja noch jemand sagen ob es vielleicht ein besseres Outfit für mich gäbe aber bis dahin nehme ich das so dann gibt es hier noch verschiedene Caps und Hüten aber ganz ehrlich ich trage ja eigentlich gar keine Cap deswegen lasse ich das einfach mal aber man kann sich ja hier mal ein bisschen durchgucken was es denn so alles an Hüten gibt ne da ist nichts dabei vielleicht hier was lustiges so ein Beanie oh cool das hat ja so wie heißt das denn nochmal naja so ein Geweih aber ne das passt auch nicht zu mir hier sind auch ein paar seltsame äh okay das ist einfach mal ein Oktopus äh naja ne hier sind so Blumenkränze und Stirnbänder ein Reiterhelm aber das passt eher zu Hanna und äh was das ist weiß ich jetzt auch nicht und dann kann man sich hier noch Brillen aussuchen naja aber auch das brauche ich nicht denn ich trage keine Brille oh coole Sonnenbrillen hier mit Herzaugen witzig oder ne Muschel aber auch das nein äh hier verdecke ich einfach mal mein gesamtes Gesicht indem ich so ne Maske trage oh hier könnte ich als Superheld unterwegs sein so würde mich keiner erkennen wenn ich Pranks mache aber ne auch das das lasse ich erstmal aus oh ich verkleide mich einfach als Baum wer kennt's nicht typisch Julian Vogel der Baum äh ne das passt nicht so zu mir und dann noch so verschiedene Kopftücher oder Kapuzen aber auch das nein gut dann würde ich sagen dann haben wir es doch jetzt eigentlich dann ist das hier mein fertiger Charakter würde ich mal sagen und kann ich damit jetzt was machen oh da ist er ja oh jetzt kann ich ihn nochmal verändern aber das will ich gar nicht ich bin eigentlich sehr zufrieden damit geworden wie gesagt wegen den Klamotten muss ich auf jeden Fall nochmal schauen ob man das nochmal irgendwie ändern kann aber ansonsten also wenn das nicht aussieht wie Julian Vogel dann weiß ich auch nicht und das sollte ich auf jeden Fall Emma auch nochmal zeigen und dann kann sie ja sehen wie das richtig geht wenn euch das Video gefallen hat dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert vielleicht auch meinen Kanal und dann sehen wir uns vielleicht ja nochmal in einem anderen Tokaboka Video bis dann Tschüss hey Leute ich bin's wieder Emma Vogel und heute bin ich mal wieder in Tokaboka unterwegs und das war die letzten Male immer so richtig richtig cool deswegen bin ich jetzt wieder hier und ich hab mir gedacht hier gibt es ja auch eine Kita und die gucke ich mir doch direkt einmal an und es geht auch direkt los und die Kita ist hier da mit diesem Haus wo steht A B C hey hier bin ich wow guck mal das ist mein erster Tag in der Kita hier in Tokaboka das sieht ja cool aus hey Leute ich bin hier in der Kita cool hier ist also die Schlafecke guck mal hier gibt es doch einen Autoteppich solche sind voll cool und hier kann ich also schlafen wenn ich müde bin aha hallo guten Tag du hast ja ein cooles Auto darf ich auch mal damit spielen cool guck mal jetzt hab ich das Auto und jetzt fahr ich mal mit dem Auto hier rum rum cool okay ich geb dir das wieder zurück cool also hier ist die Schlafecke hier wird dann geschlafen wenn man müde ist aber ich bin doch überhaupt nicht müde denn ich bin grad erst angekommen und will hier was cooles erleben guck mal hier ist schon mal ein Basketball und hier gibt es so viele tolle Sachen also ein Basketball damit kann ich draußen spielen ein Feuerwehrauto ein Zylophon und Bausteine und ein Robotern oh mein Gott guck mal sie haben sogar einen Hopster erwartet zur Seite mit dem Ball ich muss mit dem Hopster spielen guck mal wie süß der ist oh guck mal ich kann den Hamster sogar auf die Hand nehmen cool also ich werd erstmal den Hamster streicheln weil der ist ja so süß guck mal okay aber den Hamster genug gestreichelt jetzt wieder zurück der kann sogar hier in dieses Rad und da drin laufen und sogar was trinken cool also hier gefällt es mir jetzt schon hier möchte ich auf jeden Fall bleiben und ich spiel jetzt noch eine Runde Zylophon so guck mal da 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 so und alle Tasten einmal drücken was spiel ich denn ich spiele alle meine Entchen guck mal ich mach Musik wow wow das ist so cool da 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 oh yeah das macht richtig Spaß so das Zylophon zur Seite und oh mein Gott ich weiß gar nicht was ich hier alles machen kann schaut mal hey ihr zwei guck mal ich setz mich mal in die Mitte ich glaub ihr malt hier richtig schöne Bilder guck mal was die Schönes gemalt haben cool ich male jetzt auch ein Bild und zwar das hier da 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 den Stift cool und fertig guck mal was ich cooles gemalt habe oh yeah das ist ja richtig cool ich glaub ich verschenke das Bild oder ich verschenke es später Mama die wird sich freuen aha weiter geht's hier gibt's also was zu essen äh cool was zu essen und hier hey das muss der Kindergartenbetreuer sein guten Tag hallo hallo oh hallo Emma herzlich willkommen im Kindergarten viel Spaß dankeschön boah guck mal die anderen Kinder sind auch draußen ich werd jetzt hier erstmal spielen oh yeah und ich werd erstmal rutschen schön hier hoch und yeah cool cool direkt nochmal 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 okay die Schafe muss zur Seite ich geh nochmal rutschen cool okay ich hab mein neues Lieblingshobby gefunden juhu das ist super super cool und jetzt wie wär's wenn wir eine Runde irgendwas hier äh graben buddeln und irgendwas cooles bauen eine Sandburg hey du kannst mitspielen guck mal hier hier ist schon eine coole Burg äh komm wir bauen eine riesengroße wir bauen jetzt die größte oh die größte Burg die ihr jemals gesehen habt so hier das da drauf cool guck mal das noch hier auf den Turm und weil das ist größer äh so hey die sind beide gleich groß das da drauf da oh mein Gott das ist die größte Burg die es jemals gegeben hat wow wobei ich glaube das muss hier drauf so cool guck mal boah das ist so cool und so oh mein Gott guck mal wie riesig dieser Turm ist Wahnsinn oh mein Gott ist das cool und jetzt äh was mach ich als nächstes also ich hab eine riesengroße Sandburg gebaut und jetzt werde ich hier erstmal die äh hey guck mal hier gewachsen Erdbeeren wie cool ist das denn dann nehme ich mir erstmal eine und äh werde die mal probieren oh ist die lecker lecker okay ich gieße hier mal nochmal neu nach vielleicht kommen ja neue Erdbeeren dann hier raus äh oh mein Gott guck mal ich kann hier sogar ah jetzt verstehe ich das hier muss hier rein und jetzt Wasser drauf oh mein Gott guck mal wie cool ist das denn eine schöne Blume und jetzt noch eine neue Erdbeere so hey so jetzt und jetzt Wasser und es ist eine neue Erdbeere entstanden oh mein Gott das ist so toll so toll so toll ich werde die auch noch essen mh lecker schmecker cool boah jetzt habe ich ganz schön viel hier rumgespielt äh was kann ich denn noch machen hey ich könnte mir den Ball nehmen den ich doch gesehen habe und mit dem Ball ein bisschen draußen spielen so und hey komm wir spielen Ball wuhu cool ich kann doch sogar mit dem Ball der Rutsche runterrutschen aus dem Weg aus dem Weg wuhu cool und jetzt nur der Ball cool und jetzt oh da ist der Batsch gelandet jihá cool cool jetzt bin ich auch vor dem Batsch gelandet hihi das ist wirklich so cool hier also aber jetzt habe ich Hunger äh aber bevor man isst muss man sich ja immer die Hände waschen dann gehe ich gleich einmal auf die Toilette so hier gibt es extra ein kleines Klo extra für Kinder so perfekt und jetzt werden noch die Hände gewaschen hier drauf und Wasser an Hände waschen Wasser wieder aus und die Tücher zum Abtrocknen hey ich will ein Tuch nehmen das geht also nicht okay jetzt habe ich Hunger was gibt es denn leckeres zu essen oh mein Gott guck mal lecker Schmecker also ich nehme hier einen Teller und nehme hier mal etwas drauf von diesen leckeren Sachen guck mal das sieht alles so lecker aus cool äh okay und guten Appetit lecker Schmecker ach das war lecker so oh hier ist ja noch mehr alles auf einmal das hat aber gut geschmeckt jetzt bin ich aber ziemlich müde muss ich sagen und ich nehme ich bin zwar kein Baby mehr aber ich nehme jetzt noch so eine Flasche Milch weil die schmeckt so gut mhm oh yeah das war sehr lecker und jetzt bin ich wow ziemlich ziemlich müde das heißt ich werde mich jetzt hinlegen aber mhm ach ja will ich jetzt schon inspekt nein warte vorher ich habe doch noch irgendwo eine Gitarre gesehen da oben ich steige jetzt hier drauf ha ich werde erstmal eine Runde Gitarre spielen lalalalalalalala lalalalalala schlafen also diese Kita hier würde ich gerne länger bleiben und auch nochmal hinkommen weil das ist so cool hier ich meine meine Kita also meine echte Kita ist auch richtig toll äh aber hier ist es wirklich auch cool aber beim nächsten Mal muss ich vielleicht mal Lea mitbringen dann können wir zusammen hier spielen das wäre wirklich super und ich hoffe natürlich euch hat das Video auch gefallen weil mir hat es sehr sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen wir sehen uns hier beim nächsten Mal in Tokaboka auf Wiedersehen hey Leute was geht ich bin's wieder Emma Vogel und heute bin ich schon wieder hier in Tokaboka unterwegs das ist so cool das macht so viel Spaß deswegen habe ich mir gedacht das muss ich unbedingt nochmal machen und beim letzten Mal da habe ich mir ein Avatar erstellt das hier das bin ich und daneben sehen wir Julian den habe ich beim letzten Mal erstellt und wem ich nicht erstellt habe äh das ist Hannah und das werde ich jetzt tun denn Hannah braucht auch noch einen Avatar okay das ist auf jeden Fall schon mal nicht Hannah jetzt wollen wir doch mal schauen also Hannah ist ja schon ein bisschen größer aber nur ein bisschen sagen wir so noch nicht erwachsen so äh okay also Hannah braucht okay das ist auch nicht Hannah also äh Hannah hat auf jeden Fall blonde Haare aber erstmal muss es ja ein Mädchen sein weil das ist ja gerade ein Junge äh wie kann ich das denn ändern ich glaube ich muss so lange durchklicken ah ja okay bis eine Frau kommt oder so ich klicke mal noch ein bisschen weiter weil sonst muss ich äh mich da komplett durchklicken okay nehmen wir also die Person so also ändern wir das noch ein bisschen also Hannah kriegt jetzt blonde Haare nehmen wir erstmal eine andere Haarfarbe äh hier das geht schon mal in die richtige Richtung geht das noch ein bisschen blonder okay und jetzt brauche ich natürlich noch die passende Frisur also Hannah hat ja immer einen Zopf und eine pinke Schleife manchmal auch eine andere Farbe nehmen wir die pinke Schleife okay also einen Zopf beziehungsweise einfach einen Pferdeschwanz äh hier gibt es auf jeden Fall schon mal verschiedene Frisuren also mh das sieht ganz cool aus aber wir brauchen auf jeden Fall einen Zopf hier schon mal einen Zopf guck mal der ist aber unten gefärbt aber das sieht voll cool aus auch wenn Hannah nicht so eine Farbe hat in den Haaren äh ich gucke mal weiter hier das geht doch schon mal mehr in die richtige Richtung hier ist schon mal ein Pferdeschwanz und vielleicht finde ich ja noch einen hier gibt es so viele Frisuren und auch richtig schöne Frisuren hier ist noch ein Zopf das geht alles in die richtige Richtung ich glaube das passt vielleicht sogar am besten zu Hannah vielleicht mache ich die Haare doch ein bisschen noch äh mehr heller oder so weil die sind ja schon fast gelb äh hm vielleicht kann ich hier na das passt auch nicht so ganz ich glaube ich muss diesen Ton nehmen und kann ihn ein bisschen anpassen ich glaube ich lasse das so 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 äh die gute Mitte so okay also das sieht schon mal richtig gut aus jetzt brauchen wir noch äh die Augen die ich nehme die größten Augen und die Nase dann nehme ich eine kleine Stupsnase und den Mund natürlich und Hannah ist natürlich immer am Lächeln und die Augenbrauen die passen auch aber die Farbe muss ich vielleicht noch ein bisschen ändern ich finde das sieht wirklich toll aus wobei ich kann noch mal gucken was es noch für den Mund gibt hier freut sie sich und hier was ist das denn das sieht ja witzig aus guck mal die Zähne hier beiß sie so richtig die Zähne zusammen also das äh oder das oder so oder so ich nehme glaube ich das hier äh okay und jetzt das aller aller wichtigste und zwar die Klamotten ich meine Hannah trägt ja immer so ein blaues Oberteil mit so einem Einhorn drauf ich weiß nicht ob es das hier gibt aber da schauen wir jetzt also immer ein blaues Oberteil mit Einhorn und eine weiße Leggings äh schauen wir mal ich könnte bei den Kleidern gucken äh das sieht ja richtig schick aus das ist auch ein richtig tolles Kleid das ist das sind wirklich coole Outfits aber ich gucke mal ob es irgendwas das ist ja schon mal blau das sieht schon mal richtig gut aus trotzdem gucke ich ob ich irgendwie sowas finde oh hier mit so einem Kätzchen das ist ja auch süß und das ist auch hübsch aber ich brauche ein blaues Oberteil hier ist ein blaues Kleid das sieht doch toll aus ich meine das wäre eigentlich auch ein guter Ersatz aber ich gucke noch mal weiter oh es gibt so coole Sachen guck mal also die gefallen mir alle richtig gut aber ich gucke mal weiter was ich vielleicht hier noch so finde okay vielleicht gibt es hier noch das ein oder andere was ich anziehen könnte für Hannah hmm blaues Oberteil irgendwie nicht so vielleicht sowas das ist zwar kein Einhorn aber sowas anders aber ich glaube das ist eher für Jungs das nehme ich nicht aber hier gibt es wow hier gibt es voll die coolen Sachen vielleicht mit so einem Kätzchen drauf Katzen sind auch süß aber ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht oh man ich kann mich gar nicht entscheiden und guck mal das ist ja richtig süß und das hier ich meine das ist kein Einhorn aber es ist ein Häschen boah das ist total niedlich aber das Häschen ist wirklich so süß vielleicht behalte ich ja tatsächlich das hier oder im Blau na ich weiß ja nicht es gibt so viele tolle Sachen ich glaube ich gucke jetzt erstmal weiter und überspringe das Ganze und suche jetzt mal eine schöne schöne Schleife für die Haare das kann Hannah sich denn in die Haare machen ähm ich glaube ich bin ja schon richtig hier gibt es Mützen hey guck mal das sieht auch schick aus oder so ein cooler Anglerhut oder sowas ist auch witzig oder so ein Zauberhut für Hexen manchmal ist Hannah wirklich eine kleine Hexe aber nur manchmal ähm oder hier wie ein Koch so ein Kochhut richtig witzig aber ich glaube das ist nicht so ganz das was ich will ähm oh ja ich könnte hier natürlich auch einen witzigen Helm verpassen guck mal wie das Haus sieht oder so etwas es gibt wirklich tolle Sachen guck mal so eine süße äh Mäusemütze oder so aber das brauchen wir nicht also ich gucke jetzt ob es eine schöne rosane oder auch rote Schleife gibt das sieht sehr schick aus und das ich klicke einfach alles durch oh das ist ein schöner Haarspang das ist auch ein sehr schöner Haarreifen das sieht auch witzig aus sieht aus wie ein Strohhalm da oben und das sind zwei süße Katzenöhrchen aber ich suche hier schon mal eine pinke Schleife äh ein Blümchen äh ich glaube sowas wie ich äh ok die Schleife ist hier aber Hannah hat die Schleife ja hinten ich glaube das gibt es nicht da muss ich wohl glaube ich die Schleife nehmen ist in Ordnung ich könnte Hannah jetzt noch eine lustige Brille verpassen auch wenn sie eigentlich gar keine Brille hat äh na gut vielleicht die oder die oder die oder die ok komm Hannah braucht keine Brille hm passt das jetzt schon weil eigentlich hat sie wie gesagt was Blaues an also entweder lasse ich das an das gefällt mir eigentlich auch schon sehr gut oder halt eben was Blaues zum Beispiel das hier das sieht doch auch toll aus ich glaube ganz ehrlich ich glaube ich dem das für Hannah ich gehe jetzt mal zurück schaut mal Leute also hier auf dem Podest das bin ich Emma Vogel daneben ist mein Bruder Julian Vogel und daneben ist unsere Schwester Hannah Vogel ich finde wir drei sehen richtig toll aus und äh wirklich toll und ich finde wir können doch direkt mal in sein Haus zusammen einziehen ich glaube das mache ich jetzt mal guck mal hier sind wir schon wie cool das bin ich hallo und hier ist Julian und Hannah oh mein Gott ist das cool wir sind jetzt hier Toka Boka unterwegs und guck mal Leute kommt schnell hinterher hinterher wir können hier spielen schaut mal wer will gegen mich spielen oh jetzt kommt auf einmal guck mal Julian kommt schnell hinterher und Hannah auch wir können jetzt hier zusammen spielen hey let's go ich bin in einem Team äh mit Hannah zusammen Mädchen gegen Jungs so Julian und los geht's und bang hey wo ist der Ball hier oh zurück cool bang und Hannah hat den Ball gefangen hi das ist witzig oh mein Gott jetzt können wir hier immer in Toka Boka chillen ist das cool okay genug äh ich geh jetzt hier hin ich werd jetzt hier voll chillen cool und was macht Julian jetzt ich glaube oh mein Gott hier gibt so tolle Sachen guck mal Julian der tanzt jetzt zur Musik la 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 und Hannah was macht Hannah oh Hannah trägt erstmal ein heiße Schokolade cool also das ist wirklich richtig toll ich finde wir sollten öfter in Toka Boka spielen weil hier gibt es so viel zu sehen und so 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 tolle Sachen Leute ich würde sagen wir sind jetzt öfter in Toka Boka und ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten Mal bye hey Leute ich bin's wieder Emma Vogel und heute bin ich wieder in Toka Boka unterwegs und hier gibt es so viel zu sehen und ich hab mir gedacht ich will heute wieder irgendwo arbeiten und zwar äh in einem Tierheim oder so und da gehe ich jetzt mal hin äh wo muss ich hin ich glaube hier oh mein Gott das bin ich hallo okay also ich werde hier heute aushelfen boah hier sieht so cool aus hier gibt so viel zu sehen es ist glaube ich ein äh es ist ein Laden ist das eine Tierhandlung oder ein Laden für Tiere oder ein Café ich weiß es nicht aber hallo ich bin Emma Vogel ich möchte hier heute aushelfen oh hallo Emma schön dass du da bist ja äh das freut mich wenn du hier aushelfen möchtest also hier ist das Café und äh fühl dich einfach wie zu Hause du kannst dich ja schon mal mit den Tieren anfreunden oh yeah das ist der beste Job überhaupt okay äh ich guck mich mal hier um cool also das ist gar kein richtiger äh gar kein richtiges Tierheim es ist ein Tierladen hier gibt es Tierfutter und so weiter und so fort und Spielzeuge und guck mal es gibt ein Aquarium hey hallo cool ich guck mir das jetzt mal an das sieht ja voll cool aus hey guck mal die Fische die können ja auch rumschwimmen blub blub guck mal cool so äh und die Katzen die sind ja süß hallo miau ach guck mal wie niedlich die Katzen sind cool ach die ist echt süß also wir haben eine graue Katze und äh ich glaub ist das ein Hund oder eine Katze ich glaub ach wie süß ich glaub das ist ein gelber Hundi okay und eine Katze und ein Hamster und hier ist eine rote Katze ich glaub die schläft hey und die Katze hier guck mal die ich glaub die muss mal auf die Toilette cool also hier gibt's wirklich viel zu sehen wow hier ist ja auch noch eine Katze hier gibt es so viel cool so Emma nachdem du dich jetzt umgeschaut hast ähm wie wär's denn wenn du dich erstmal hinsetzt und auch erstmal etwas zu essen zu dir nimmst da sag ich nicht nein hallo ich setz mich hiermit an den Tisch und jetzt kriege auch ich was zu essen ich nehme hier so ein leckeres Sandwich das schmeckt aber lecker und noch ein Nachtisch oh yeah ganz nach meinem Geschmack so cool guck mal hier gibt's sogar einen Lolli den nehme ich mir auch noch lecker lecker so und jetzt oh guck mal hier hat anscheinend jemand Geburtstag hey herzlichen Glückwunsch guck mal die Hunde die essen jetzt auch was lecker hey cool der hat den Ball auf dem Kopf guck mal das sieht witzig aus okay was kann ich jetzt machen okay ich glaube die Hunde und die Katzen also alle Tiere hier die müssen ja jetzt auch mal was essen komm ich füttere euch das ist gar kein Problem so wo haben wir denn Hundefutter hier hier ist auch was für Katzen wo tue ich das denn hin hier ah cool also jetzt kann ich die füttern hier für dich ein Kätzchen mhm hey hier ist ja gar nicht mehr so viel vielleicht muss ich ja Vorrat kaufen gehen aber hier ist ja auch noch was schaut mal so bitteschön mhm das schmeckt den Katzen gut so hier ist noch mehr aufmachen wo ist denn die andere Katze hin bitteschön guck mal das ist eine kleine Babykatze ich glaube das da ist ein Hund ich glaube der kriegt das hier mhm so äh wer kriegt noch was hier ist ja noch ein Hund der hat auch Hunger vielleicht ist der Hund ja auch Katzenfutter äh ah hier ist ja noch eine Katze bitteschön und der Hund braucht doch noch ein Knochen ich glaube wir haben nicht mehr so viel äh Nahrung vielleicht müssen wir noch was einkaufen gehen ja Emma das wäre eine tolle Idee vielleicht kannst du ja eben noch Nachschub besorgen aber natürlich das mache ich bis gleich so also guten Tag ich bin hier jetzt beim Einkaufen und jetzt muss ich mal gucken ob ich hier was finde also oh hallo was brauchst du denn ich muss äh etwas einkaufen gehen für die Hunde und für die Katzen okay dann schau dich mal um alles klar also ich nehme hier eine Tasche äh oh hier gibt es voll leckere Sachen guck mal leckere Torte aber ich brauche jetzt nur das äh obwohl hier ist auch ein Korb ich nehme den Korb weil die Tasche die ist so groß so also der Korb was da der ist auch groß was brauchen wir alles hey hier gibt es Hundefutter guck mal das nehme ich doch schon mal mit was ist das ich glaube das ist Kaffee oder so das brauche ich ja gar nicht äh mehr gibt es hier gar nicht hm aber das ist ja schon mal besser als gar nicht und vielleicht nehme ich mir auch noch was mit das sieht ja alles so lecker aus ich nehme mir einen Donut mit so und das war es auch schon so einmal bitte bezahlen bitteschön einmal die Sachen hier tut alles in die Tasche tut tut so dankeschön auf Wiedersehen hey hier bin ich wieder guck mal ich habe ein bisschen was eingekauft ach Emma das ist ja wirklich super lieb von dir vielen Dank ich habe tatsächlich im Lager doch noch was gefunden oh da war ich ja umsonst einkaufen nein das ist natürlich nicht umsonst Emma du kannst natürlich direkt den Hunden das zu essen geben die freuen sich doch und ein Donut hast du dir mitgebracht oh ja so okay also wer kriegt hier jetzt noch was wer hat noch nicht du kriegst noch was weil du so ein braver Hundi bist und äh du kriegst auch noch was ach ja jetzt bin ich aber ganz schön erschöpft irgendwie aber das macht total Spaß hier zu arbeiten ich kann mir das wirklich äh öfter vorstellen und guck mal ich kann sogar jetzt noch die Hunde bürsten oh das würde ich super gerne machen oder die Katzen hey fang mal mit dir an oh da kommen ja ganz ganz viel Haare ab hi hi so schön bürsten und jetzt noch einmal mit dem Kamm wunderbar ah jetzt ist alles wieder Paletti so wie es sein soll okay was haben wir denn hier noch cool ich kann euch sogar frisieren so einmal alle Haare weg machen und mit dieser Bürste auch nochmal drüber cool ich kann sogar das Fell schneiden guck mal aber ihr seht schon tippitoppi aus wunderbar und hier könnt ihr sogar noch ein Bad nehmen das wäre doch was komm wir waschen den Hundi cool guck mal so ein bisschen einsprühen wunderbar wie neu wow und der nächste so jetzt ist der Hundi dran der muss auch baden wunderbar und jetzt kommt die Katze Katzen möchten ja nicht so gerne baden aber die Katze muss auch baden oh ja also ich muss sagen das war wirklich super cool hier der Tag das hat total Spaß gemacht ich würde wirklich hier gerne öfter aushelfen also Emma du bist wirklich immer willkommen ich bin total zufrieden mit deiner Arbeit du hast wirklich einen super tollen Job gemacht und beim nächsten Mal kannst du uns ja vielleicht sogar zum Tierarzt begleiten wenn du möchtest oh yeah 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 das würde ich unbedingt machen das hat mir super viel Spaß gemacht ich hoffe ihr fandet das Video auch toll und es hat euch auch Spaß gemacht und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal auf Wiedersehen hey Leute ich bin's Emma Vogel und wenn ihr noch mehr von uns also Familie Vogel hören wollt dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei denn da da findet ihr unsere tollen Hörspiele und glaubt mir die sind wirklich richtig cool und ja hört sie euch an viel Spaß bis 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 Vielen Dank.